Man kann es nicht noch nicht nur sagen, der Mercedes ist jetzt wirklich Nobbel-Log. Ich muss sagen, Nobbel-Log ist ja schon zu befreundet. Er ist ja schon ein Autoschonerist. Er steht nicht nur in der Boxenbauer und redet. Wichtig, er kann auch wirklich fahren. Das sehen wir jetzt. Er liebt diesen SL. Er ist schon, was ich sage, 30-jährig. Er gehört dem Mercedes-Benz-Museum. Er fährt dann regelmäßig in der Anwendung der Kampagne. Und wir werden sehen, wie nachher der Kampagne auszieht.